So, da sind wir wieder in the Crew und als nächstes begegnen wir Harry, einem Mechaniker, einem ehemaligen Mechaniker von unserem Kollegen hier. An dem müssen wir jetzt, so wie ich das gerade herausgefiltert habe, die Wahrheit sagen über uns. Das machen wir doch jetzt mal gerade. Wir starten. Harry? Hey! Jemand zu Hause? Du willst was von mir? Los, holz! Harry, ich bin's. Alex? Oh, scheiße. Alex! Ich dachte schon, die wollen mir ans Leder. Wer will das? Ne Menge. Ich hoffte, die tragen es unter sich aus. Weißt du, Mann, dass sie hatte früher mal Gewicht? Aber heutzutage... Oh nein. Nein, Mann! Leg du auf! Verdammt! Es ist nicht, was du denkst. Er ist draußen und schon mit einem Fuß im selben Grab wie dein Bruder. Nein, halt die Schnauze und hör zu! Ich jage den Mörder von Dayton. Ich brauche Hilfe, Mann. Das wird gefährlich. Und schmutzig. Alles, was ich biete, ist Rache. Nicht mehr, nicht weniger. Für Dayton. Für Dayton. Für Dayton. Oh, das New Yorker HQ uns kriegen. Das sind dann noch eins. Nicht hoch. Was heißt nicht hoch? Nicht genug, um besorgt zu sein. Okay, ich bin besorgt. Wie ging's los? Ganz ehrlich? Ein Gefallen für Dayton. Im Ernst? Yep. Er wollte ein legales Business aufziehen. Eine Werkstatt. Für seine Zeit nach den Five Tams. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Okay. Ja, ja. Noch eine Minute. Jetzt möchte ich. Dann bekommen wir ja bestimmt ein Auffrisen-Kett. Da freue ich mich schon drauf. Ich wollte dich schützen. Solange die Five Tams nicht wussten, wo du bist, haben sie dich nicht gesucht. Aber sie wussten, dass der Dicke mit Dayton ist. Gab das kein Problem? Du hast keinen Schimmer. Das ist vorbei. Ich lebe noch. Noch. Vielleicht wird er auch von uns gehen. Das wissen wir alles noch nicht. So genau. Wo ist das eigentlich an? Oh, ein paar Meter. Okay. Das sollte ja kein Problem sein. Na, das Leggen ist sehr schön. Da müssen sie noch was machen. Okay, ich werde dir jetzt die Situation hier erklären. An der Ostküste geht es nur um Autos und Bares. High-End-Wagen kommen aus Europa. Geld und andere Waren gehen raus. Ein gewisser Eric II kontrolliert die Region. Eric ist mit Schiff aufgewachsen. Sie sind zusammen, seit Schiff 13 war. Einer deckt den anderen. Das Problem mit Eric ist Psycho. Manchmal richtig Psycho. Vor kurzem sind Fahrzeuglieferungen verloren gegangen. Alles deutet auf einen Insider. Jeder weiß, es ist Eric. Aber da er so dicke mit Schiff ist, will ihn keiner ohne Beweis beschuldigen. Aber die 510-Oberin interessiert nur ihr Anteil. Wenn Eric also nicht bald das fehlende Geld rausrückt, wird es einen internen Krieg geben. Und wir alle wissen, dass Kriege nicht lange intern bleiben. In vielen Fällen geraten Unschuldige ins Kreuzfeuer. Du willst aufsteigen? Dann hilf Eric, das fehlende Geld aufzutreiben. Und zwar so schnell du kannst. Gut, was werden wir tun? Was gibt's hier für uns? Performance? Bestimmt Sachen, wo wir einfach nur Ja. Sind eigentlich nur Sachen, die man nicht brauchen kann. Reparatur kann man machen. So, sind wir wieder ganz frisch. Was gibt's noch? Hier gibt's ja dann dieses Fahrzeug. Schon von Zoe bezahlt. Gut. Da gehen wir gleich hin. Hier. Rüsten wir das aus. Hier ist Zoe. Oh, da haben wir aber viel Sachen zum Einlösen. Oha. Was haben wir denn hier? Innerer Co-Pilot. Satellin-Navigation bei Rennen. Checkpoint-Rennen-Mission. Versicherung. Versicherung. Reduziert die Kosten an Abatoren. Verbesser das Handling. Reduziert die Kosten eines neuen Fahrzeugs bei jedem Outliner am 3%. 6%. 6%. Wo haben wir noch das Co-Pilot. Was haben wir hier so alles? Reduziert die Preise aller Geländeteile. Tests. Tests. Entzült alles innerhalb von 515. 550 Millionen Spieler. Schaltet die mobile Mechaniker-App frei. Aha, 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 aha. Okay. Gut. Sonst haben wir hier auch nichts mehr. Was wir tun können. Hier ist das andere verborgene Auto immer noch. Ich denke, dann machen wir mal hier Blitzreise. Geländekid. Machen wir doch. Warum habe ich... Warum ist hier keine Lackierung? Muss ich das immer wieder neu lackieren? Das kann ja nicht sein, oder? Hä? Also manchmal verstehe ich es nicht. Ja, 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 ja. Ich will aber mal eine Lackierung behalten. Soldaten. Das ist ein bisschen komisch mit dem Kaufen. Verstehe ich noch nicht so ganz. Ja, möchte ich. Ja, möchte ich. Wir müssen zwei 515-Fraktionen wählen. Die Wolves im Mittleren Westen oder die Eagles an der Ostküste. Du kannst jederzeit wechseln, wenn noch mehr Fraktionen verfügbar werden. Oder bleiben, wo du bist. Um dein Ansehen in der Szene zu festigen, musst du dich einer der fünf Fraktionen anschließen. Tritt für deine Fraktion in PvE- und PvP-Missionen und Events an. Mit diesen Missionen und Events kannst du Ansehen für dich und deine Fraktion gewinnen. Je besser deine Leistung, desto höher dein Ansehen und dein Tagesgehalt. Alles klar. Ja, wir sind schon bei den Wulffs, ne? Bleiben wir auch mal da. Eine neue Fraktion schenkt dir am Anfang ein paar Crew-Credits. Du kannst sie gleich verjubeln oder für den Duften neuen Schlitten sparen. Wie du willst. Nice. Crew-Credits sind immer gut. Was haben wir jetzt hier offen? PvP-Lobby-Ostküste. Okay. Die ist gesperrt. Ach, jetzt müssen wir die Karre auch wieder separat auffrischen. Ich dachte... Okay. Also, Eric zu. Ich muss mich wohl mit dem Arsch vertragen, was? Das ist unsere Spur, was willst du machen? Der Ort ist auf der Karte. Alex, lass den Arsch nicht warten. Okay. Jetzt müssen wir die Karre hier auch wieder aufmatzen, oder was? Hm. Wenn wir mich jetzt nicht alles täuschen müssen, wäre er jetzt. Wieder Tuner. Nee. Mobile Garage. Müsste ich ja... Die Street Edition. Ja. Ach, cool. Okay, das ist nice. Mobile Garage. Den hier. Gelände. Und dann gehen wir ins... HQ. Gucken wir, ob wir da die gleiche Lackierung nochmal offen haben. Lackstadt. Visuell. Farbe. Eho, haben wir. Machen wir genau so. Finde ich nämlich cool. Oder was hat's... Da hat's ja noch das hier gehabt. Und das hier. In touch. Aber nö, das gefällt mir besser. Schön. Fahrzeugstufe 158 ist doch die gleiche Fahrzeugstufe. Ich versteh's nicht so ganz, was das soll. Aber gut. Aber gut. Aber den soweit wieder so, wie wir wollen. Wir sind bei 15 Minuten. Ich denke, die Folge wird mal heute ein bisschen kürzer. Wir haben heute nur eine Story ein bisschen gemacht. Und getunt. Und hier unser neues... Auto gekauft. Ja, läuft. Und dann machen wir dann in der nächsten Folge ein bisschen... Fun mit. Ich weiß auch schon wo. Hier. Tagebau. Ich denke... Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020